Die holt mich ab. Hol die mich ab? Ja, hier bist du ein bisschen entgegenlaufen. Jaaaa! Du sagst mich schon als erster, aber ich schrumpf mich. Hahahaha! Das schmeckt richtig krass. Komm, brauche ein Foto. Ich bin aus dem Lächeln vom Auto gerade. Ich möchte sich in den Hasseln knicken. Ich habe einen Hassblick. Hahahaha! Was haben sie dir geschickt? Hahahaha! Wunderschön! Für den nächsten Tribernen, nächstes Video dann. Bruder, wie willst du das sagen? Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es ist unvorstellbar, es ist zu krass. Zu krass!